Heute sind wir in Remkingen und jetzt gehen wir beide eine Runde Adventure-Golf spielen. Ich hätte gerne einen Schläger und einen Schläger für meine Tuba. Bezahlen würde ich mit meiner Girokarte. Bei der goldenen Girokarte gibt es 1 Euro Nachlage. Perfekt. Dankeschön. So, schau an, so funktioniert es. So, jetzt bist du dran. Super! Das war so semi-gut. Dieses Game geht definitiv an dich, aber das nächste Mal spielen wir Soccer-Fun-Golf und dann gewinne ich. Das war's. ihr habt eine Liste, die es angefangen in der Haltung passiert. Das war's. Das war's.